liebe menstruierende männer wie tapfer unsere fachkräfte für diätenerhöhung masken deals und nebeneinkommen sprich unsere politik schauspieler der christsozial und demokratischen linksgrün einheitspartei märkestans ja wie die für das wohl ihre untertanen also wähler natürlich kämpfen das zeigte sich ja schon bei der einführung der co2 steuer steigende spritpreise die verbesserten doch schlagartig die luftqualität und sorgten zusammen mit der gesiebten luft die durch die bußgeldschutz gesichtsmittel ström dafür dass wir endlich mal wieder kraftvoll durchatmen können und zum glück da traut sich jetzt die sächsische spd mutig ganz mutig an ein tabu thema unter dem wir männer schon seit generation leiden es aber bisher schamvoll verschwiegen nein es geht jetzt nicht um die weibliche gewalt gegen männer weil seien wir mal ganz ehrlich die meisten kerle welche von frauen geschlagen werden die bezahlen dafür auch noch 300 euro pro stunde doch auf die von niemanden und zwar wirklich niemanden gestellte frage wie entsorge ich als man meine benutzten monatsbinden und tampons fand der sächsische spd landesparteitag eine antwort und zwar unter dem titel nicht binäre toiletten ausstattung da beschlossen die sozialdemokraten die aufstellung von mülleimern für periodenprodukte auf allen öffentlichen herrn wc ist ihre in allen regenbogen farben schillernde forderung begründeten die genossen dann damit dass es schließlich auch menstruierende männer gebe also ich weiß jetzt nicht ob daraufhin weiß bekitteltes pflegepersonal erschienen um die spd delegierten als psychisch gestörte einzelfälle in ebenso weise aber mit geschlossenen ärmeln versehene jacken zu stecken keine ahnung aber ich weiß eines liebe spd politiker das blut in eurem schlüpfer das ist auf zwei ganz triviale ursachen zurückzuführen und zwar erstens geplatzte hämorrhoiden die ihr davon bekommen habt dass viele rumsitzen auf euren hochbezahlten sesseln die von uns steuerzahlern bezahlt werden ja und an den sesseln ihr ja klebt wie hundekacke am dominastiefel und zweitens ein wundgeleckter rektalbereich das ist die übliche nebenwirkung von opportunistischen speichelleckern welche bis zum hals in eurem mastdarm kriechen und ganz ehrlich ein mann welcher meint bei ihm setze die regelblutung ein der benötigt kein bindenmülleimer sondern ein verdammt guten psychiater aber man muss ja auch eines sagen es profitiert ungefähr die hälfte der bevölkerung vom spezialdemokratischen klobeschluss denn endlich können auch wir männer uns der mutter aller ausreden bedienen sorry aber ich habe meine tage und dann fragt sich natürlich heißt es zukünftig dann herrinnen binden in diesem sinne bleiben sie kritisch ihr all magierke